Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen How-To, wie man einen dynamischen DNS-Server auf seinem Game-Server oder auf seinem normalen Rechner, wenn man darüber Server hostet, erstellen, einrichten kann. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht einfach gemütlich auf no-ip.com. Zwar ist dieser Dienst in den letzten Tagen kurzzeitig down gewesen, aber an und für sich ist es ein super zuverlässiger Dienst. Ich nutze den jetzt seit mehreren Jahren und bin echt glücklich und er ist kostenlos. So, was müsst ihr machen als erstes? Ihr müsst natürlich sign up, ihr müsst euch einen Usernamen erstellen. Let's play test eventuell. Ich werde den danach auch wieder gleich dicht machen. So, hier wunderbar. Dann nehmen wir Passwort, wenn wir uns nicht verschreiben. So, let's play test. Schauen wir mal, ob der eventuell verfügbar ist. So, einfach hier weiter. Und was brauchen wir? Wir brauchen natürlich free. Wir brauchen keinen Plus, wir brauchen keine Domain-Choices oder sonstiges. Wir machen einen Free-Account. So, sehr schön. Genau. So, wir müssen natürlich das Ding auch confirmen. Also, E-Mail. Hier, Activation. Klickt man hier seinen Activation-Link. Drückt OK. Macht die Aktivierung so. Und ist jetzt aktiviert. Was müssen wir sonst noch machen? Wir müssen eigentlich nicht mehr viel machen. Wir machen hier schön Download. Download now. Und laden uns den Client dafür herunter. Für was brauchen wir den Client? Dass er immer wieder unsere IP-Adresse, unsere öffentliche IP-Adresse, die im Internet ist, auch wieder updatet. So, haben wir das erledigt, haben wir hier natürlich unser schönes Fenster, geben jetzt halt unseren Usernamen ein, respektive unsere E-Mail-Adresse. So, und unser Passwort. Sign in. Machen wir doch. Sollte jetzt auch schön funktionieren. Genau. So. Aber, wie ihr seht, hier ist noch X. Wir müssen Edit Hosts drücken und dann ist der eine, den wir am Anfang schon vergeben haben, ist verfügbar. So, den müssen wir auswählen, müssen auf Save drücken. Dann aktualisiert der automatisch die IP-Adresse ins Internet. Das ist meine momentane IP-Adresse im Internet. Und das war es eigentlich auch schon. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst natürlich bei den Servern, die ihr erstellt habt, sei es Minecraft, sei es 7 Days to Die, oder sonstiges, die Ports freigeben. Habe ich in meinem letzten Tutorial ja ungefähr erklärt, wie das funktioniert. Und müsst dann nur noch euren Kumpels oder sonst was, die mit euch spielen wollen, diese Adresse geben. Also nicht diese Adresse, das ist ja die E-Mail-Adresse. Sondern in meinem Fall wäre es jetzt diese let'splaytest.ddns.net. Über die können sie dann einfach connecten. Es ist wie, als würden sie jetzt auf eine ganz normale Adresse im LAN connecten oder sonstiges. Also die ist auch immer aktuell. Die wird alle 5 Minuten aktualisiert. Das heißt, wenn euer Server 24 Stunden läuft, dann ist zwar irgendwann dieser Reconnect, zum Beispiel bei der Telekom, die machen das nach 24 Stunden. Dann dauert das aber maximal 5 Minuten. Dann ist der wieder online. Im schlechtesten Fall natürlich. Und dann können sie sofort weiterspielen oder ihr. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, rein theoretisch, diese Sachen ein wenig zu verkürzen. Das geht aber leider nur in der Professional-Version. Also in der, wo man zahlt. Da könnte man dann sagen, er soll alle Minute updaten oder sonstiges. Aber für den Privatgebrauch ist das wunderbar. Und ich kann das nur weiterempfehlen. Und hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und natürlich ein Abo. Und wenn wir uns beim nächsten How-To oder Let's Play sehen, mittigt den Jorgen morgen. Ciao.